Eine, eins, zwei, eins, eins, zwei, hierzu und hierzu. Da ist einmal gerade durch. Und da zwei. Okay, da kann ich nicht laufen. Grün ist es hier. In dem Eck. Und von da bis da. Da nochmal. Alles aufmachen. So, also da sind wir. Grün von hier bis nach unten auf jeden Fall. Das geht auch hier rein. Und geht noch da hin. Dann haben wir hier zwischen. Es geht bis da hoch. Und dazwischen haben wir noch grün. Ah, ist grün. Okay. Oh, hier ist auch noch grün. Das grün haben wir. Ja, so. Also. Da hochlaufen. So, so, so. Geht da nicht mal lang. So. Ne, das ist es nicht. Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Das sind zwei Blockaden. Die habe ich da. Ich habe da lange Blockaden. Das sind zwei Blockaden. Die habe ich da. Ich habe da lange Blockaden. Das ist nicht so. Sie sind zwei Blockaden. Ich habe da. 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 Eww Hm, 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 hm. Ich kann nicht was, wenn ich mir das weiter von außen angucke. Bitte überlegen, ob du lieber nicht meinen Namen richtig schreiben willst. Oh, eher zwei. Das sieht einfach aus. Oh, ich habe hier was geschafft, okay. Wir haben hier einen mächtigen Baum, eine Schalttafel, wo nicht stark aktiv ist. Komische Zeichnungen. Jetzt sind hier drei Schalttafel, aber wir sind alle aus, oder? Vorhang. Nein, zu geht es nicht mehr. Die Tafeln, die miteinander verbunden sind, aber keine leuchtet. Soll ich was malen? Da, 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 so. Und da geht noch ein Kabel nach oben. Nach draußen. Ich muss draußen was machen. So, Hinterausgang ist offen. Ah, okay. Da ist ein Kabel. Ich bin's, da ist ein ... Linde. Ja, das ist ein Linde. Oh, ich war das, was wir machen. Und hier laufen auch Kabel. W松, wir gehen wir mal am Schatten was? Hm. Hallo? Okay. Ich kann aber nicht rausgucken, das ist von innen das Loch gar nicht. Ihr seid noch deaktiviert. Ihr dreht euch. Wieso dreht ihr euch? Was wollt ihr mir da abends sagen? Das Spiel hat definitiv zu wenig Hinweise. Hä? Wieso war das jetzt richtig? Herausfinden, sofort. Sagt mir der Schatten was. Das auch immer noch. Wo ist das? Das sagt mir nichts, oder? Ich komme nicht ganz hoch. Ich bin da, konnte ich dem Gestrüpp nachgehen, also hier so. So, dann bin ich aber schräg hoch und quer rüber. Ich sehe hier irgendwo diese Muster in naher Entfernung. Ne, der auch nicht. Jetzt bist du da so ein Mensch, der da so runterlangt. Wie lange soll das so runter? Wieso bist du so hervorgehoben? Das irritiert mich. Okay. 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 Ich sehe da von der Rückseite was. Okay. 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 Great. Okay. Let's start. Okay. Okay. Das ist aber eine. Wieso passen die Sachen nicht mehr, wo ich da eingehe? Was ist an denen anders, was wollen die, was ich nicht habe? So, ganz einfach, links außen rum. So, nein, so nicht. Welche Muster arbeitet ihr? Eklung hat man schon, deswegen wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben. Das hier arbeitet genauso. Also. Also.